Sean? Nee, das bin ich nicht. Sean? Nee. Sean! Ich habe ihn. Fromage! Fromage! Manchmal, wenn mir langweilig ist, schlage ich mein Glied gegen leblose Gegenstände, wie Tische, Stühle oder Thermoskernen. Frommatschi. Nee. Frommatschi. Frommatschi. Und was heißt das? Ja. Ich mag Füße. Schleck. Echt? Ja. Frommatschi. Scheiße. Schau, Alter. Da kann man ja nicht ernst bleiben hier. Nee. Ah, paarungsbereite Männer, das ist ausgesprochen erregend. Paarungsbereite Männer. Ja. Das ist ausgesprochen erregend. Ja. Bewege mal deine Lippen. Jo, so die Gruppe von eben, die ich da übelst geprankt habe, die hat jetzt gesagt, der Malte kommt gleich wieder, der ist auf dem Klo, wir sollen nochmal mit dem was machen und deswegen machen wir jetzt mit dem mal was. Oh shit. Wer ist das? Ich versuche mich mit meinen weißen Händen töten. Okay. Geil. Wir haben hier den Typen, der will auch mal, der will unbedingt mal mitmachen, deswegen darf er jetzt mal Special Guest sein. Und los geht's. Ey stopp, ich bin jeder Baboman. Ich bin Batman. Freut mich? Freut mich? Freut mich? Ich bin hier der Babo. Boah. Bei Vollmond lege ich mich immer aufs Dach und verhalte mich wie eine Karotte. Wie bitte? Ich denke, der ist filmt. Da. Da scheiß mir doch einer die Wand anschmieren, den Namen drauf und singen Halleluja. Ich bin hier der Babo. Und wir sind die Chabos. Sean. 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 Wer hat dich zum Babo erklärt? Nein. Water! Oh, das hält mich doch nicht so. Bitte? Ich bade gerne in Wurstwasser mit Kakaopulver. Wollen wir das mal zusammen machen? Nee. Bist du irgendwie Schaufgüler oder so? Ich bin hier der Babo. Ah, ja. Sean? Nee, das bin ich nicht. Sean? Nee. Sean! Nee. Sean! Ich muss gerade lachen. Nee, hab ich nicht. Aber ihr habt gesoffen. Ich hab's genau gerochen, Alter. Ihr seid doch noch nicht mal volljährig, oder? Ja, ja. Der Pullover sagt doch alles. Wenn, dann hab ich jetzt nämlich Videobeweis. Hi. Ach, du drängst dich jetzt hier ins Bild. Ihr müsst nämlich so... sehen, ne? Wir haben nämlich einen kleinen YouTube-Kanal. Und ich habe gerade... Ich habe gerade Kommentare zitiert, die uns gesagt wurden. Und da hinten ist mein Kameramann an dieser kleinen Lampe. Ja. Und das war sehr lustig. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nichts dagegen habt, wenn ihr mit im Video auftaucht. Was haben Sie gemacht? Wie heißt so genau auf YouTube? Dann zück ein Handy, weil das merkt man sich immer nicht so gut. Bin ich jetzt mit im Video? Ja. Glaub nicht. Du sagst doch da hinten, oder? Können Sie das nochmal drehen? Nee, 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 nee. Bin ich jetzt auf dem Video? Du brauchst mich echt nicht siezen, Mann. Ich hab hier nämlich meine GoPro, da hab ich schönen Ton aufgenommen. Guck jetzt bis zum Video. Genial. Eich genial. Genial, oder? Man, das Eis blickt so geil. Ich muss lachen. Haha, geiler Typ. Nos... Ter... Nos Terrafu. TV. Ich wusste es doch. Bester Mann. Du kriegst noch im Amo. Du kriegst noch im Amo. Du darfst was in den Ton sagen. Willst du den Leuten was mitteilen? Guck mal da drüben. Ja. Nos Terrafu. Bester YouTube-Kanal. Checkt die Leute aus. Geiler Scheiß. Yo, ihr Babos. Wir filmen hier mit versteckter Kamera und er hat uns voll erkannt. Von hier. Da ist ein mehr. Und das ist noch im Amo. Und da wird es, noch ein bulletin drin sein. Und das ist schon mal.